Synaptics zeigt auf dem Mobile World Congress eine neuartige Notebook-Tastatur mit dem Namen ThinTouch. Das Besondere, sie ist sehr flach. Damit könnten Hersteller mehr Platz für den Akku vorsehen oder ein noch dünneres Gerät entwickeln. Die Tasten bewegen sich bei diesem Konzept nicht mehr auf und ab, sondern seitlich nach unten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017